Herzlich Willkommen zum neuen Video, mein Name ist Roger. Im heutigen Video geht es mal darum, da ich euch so ein bisschen mitnehme auf dem Weg, mit was ich mich momentan aktuell beschäftige. Bei YouTube ist es momentan ein bisschen ruhiger. Liegt einfach dran, es gibt momentan nicht viel zu berichten. Neue Aktien sind auch keine ins Depot gewandert, neue Unternehmen bzw. neue ETFs. In vorhandene Sachen wurde weiter investiert, Näheres dazu im Depot-Update. Aber natürlich, auch wenn es nicht gerade jeden Tag ein neues Video gibt, bin ich natürlich immer so ein ewig getriebener, will ich es einfach mal nennen und schaue natürlich immer noch nach weiteren Einnahmemöglichkeiten. Ihr kennt meine Philosophie, ich wäre wahrscheinlich der schlechteste Versicherungsvertreter oder Staubsaugerverkäufer, den es halt gibt. Das Letzte, was ich will, ist es mich an euch zu bereichern. Trotz allem schaue ich natürlich auch, dass ich nicht nur ein Standbein oder zwei Standbeine habe. Ich muss allerdings meiner gesundheitlichen Situation geschuld halt auch wirklich gucken, dass neue Geschichten auch dann wirklich relativ schnell passiv laufen. Viele passive Einkommen, würde ich mal als Beispiel nennen, muss man schon im Vorfeld sehr, sehr viel Zeit investieren. Holen wir einfach jetzt hier den YouTube-Kanal, tausend Abonnenten, bevor man dann die Videos monetarisieren kann. Das ist Arbeit, jedes Video ist viel Arbeit. Je nach Thema sogar sehr viel Arbeit, gerade bei der Recherche. Und ja, ich könnte mit der Größe von dem Kanal, könnte ich euch jeden Tag eine andere Firma vorstellen, die sich bei mir gemeldet hat, ob ich ein Video machen will, ob ich daran Interesse hätte. Ich gucke mir dann vieles an. Und wenn das schon zu mir nicht passt, will ich euch nicht vorgreifen. Allerdings, wenn das Produkt oder das Angebot schon nicht zu mir passt, dann mache ich dazu auch kein Video. Also egal, wie viele Provisionen es dort gibt, ihr kennt mich, wer länger dabei ist, der weiß das auch. Aber trotz allem schaue ich natürlich, wie ich meine weiteren Einkommensströme weiter aufbaue. Manche laufen schon, manche brauchen noch ein bisschen. Ein Beispiel will ich euch zeigen. Und dann das Schöne hier, ich dokumentiere hier meinen Weg bei YouTube, bei der Geldanlage, sind natürlich diese ganzen Nebenschauplätze, die so manchmal so unvorbereitet entstehen. Ich will jetzt nicht groß irgendwas dazu erzählen. Guckt euch das Depot-Update an am Monatsende. Aber es gab ja zum Beispiel dieses Video zum 10xDNA vor von Frank Thelen. Und da hatte ich dann ein paar Tage später, da hatte ich dann Post hier. Und da habe ich dann noch was für euch. Allerdings beim Depot-Update. War ganz überrascht. Es war vier oder fünf Tage nach dem Video. Und ich habe mir das Video noch mal im Nachhinein angeguckt. Alles, was ich gesagt habe, würde ich auch noch mal so sagen. Vielleicht in einem anderen Wortlaut. Aber ich bin froh, dass Frank es nicht falsch aufgefasst hat, sondern richtig aufgefasst hat. Und ja, aber wie gesagt, beim Depot-Update mehr dazu. Kommen wir zu den Sachen, mit denen ich mich momentan beschäftige. Global Rockstar will ich jetzt kurz beim Depot-Update vorgreifen. Das läuft ja, habe ich euch ja vorgestellt. Und da habe ich jetzt noch in einen weiteren Song investiert. Jetzt gerade ganz frisch hier. Gehen wir hier auf die Transaktionen. Da sieht man es ja halt hier am 9.9. habe ich noch mal in einen Song investiert. Insgesamt sind jetzt halt bei Global Rockstar 920 Euro investiert. Die ersten Einnahmen dürfen jetzt nächsten Monat kommen. Und dann wird es dann halt im Dezember zu Global Rockstar so ein erstes Fazit mal geben, wenn die ersten Gelder gekommen sind. Aber auch das sehe ich halt langfristig. Mal sehen, wie lange es dauert, bis ich die 920 Euro wieder drin habe. Das werden wir dann halt sehen. Es gibt auch so ein paar Sachen, die ein bisschen schlecht kommuniziert sind auf der Webseite. Und erst im Nachhinein, wo man dann halt wirklich drüber stolpert. Allerdings ist es nicht so grundlegend negativ, da ich gesagt hätte, weil dann hätte ich nicht noch mal 140 Euro jetzt den Monat investiert. Und ich habe für mich halt gesagt, ich will maximal immer in solche Projekte erst mal in Anführungszeichen 1.000 Euro investieren. Verteilt hier jetzt in dem Fall über 5 Songs. Und dann läuft das. Und dann werden wir halt sehen, wie lange es dann dauert. Das ist dann halt ein Einkommensstrom. Allerdings verdient habe ich ja erst was, wenn ich die 920 Euro hier eingespielt habe. Und ich bin jetzt halt, wie gesagt, die ganze Zeit am Schauen, welche Möglichkeiten, Alternativen, will ich mal sagen, es so ähnliche Sachen gibt, wie jetzt zum Beispiel hier Global Rockstar. Da bin ich zum Beispiel über eine Geschichte gestolpert, wo ich auch geguckt habe. Und zwar New Shore Invest. Und zwar kann man sich dort an Schiffen beteiligen. Das Ganze läuft auch auf Blockchain-Basis. Mindestinvest sind allerdings halt 1.000 Euro. Und da bin ich im Moment am Gucken. Habe noch kein Konto eröffnet. Wenn ich sollte dort was machen, erfährt ihr das natürlich selbstverständlich. Ich werde euch den Anbieter dann auch näher vorstellen. Und ich will euch jetzt mal kurz so ein Projekt zeigen, wie das Ganze halt läuft. Die Seite ist unheimlich langsam. Und das ist jetzt zum Beispiel so ein Schiff halt. Das soll im Juli 2022 in Betrieb gehen. Und da kann man sich dann halt beteiligen. Und wie man halt hier sieht, gibt es bis zu 7,79 Prozent und mehrjährliche Rendite. Und die Gesamtrendite soll 85,7 Prozent sein. Allerdings ist das keine garantierte Rendite. Man kann es als Crowdfunding auch verstehen. Laufzeit sind 12 Jahre. Und die ersten 3, 4 Jahre ist das Schiff sogar schon ausgebucht, was ich jetzt halt so gesehen habe. Finde ich gut. Was mir auch sehr gut auf der Seite gefällt, ist halt hier der Frage- und Antwortteil. Wo halt wirklich alle Fragen beantwortet werden. Zum Beispiel auch zum Thema, was mit dem Blockchain-Token ist. Was eine Blockchain überhaupt ist. Also da war ich wirklich überrascht. Man haut nicht einfach den Begriff raus, sondern erklärt das Ganze halt auch, was eine Tonnagesteuer ist. Da wird auch die Frage beantwortet, ob man Steuern auf die Rendite zahlen muss. Das wird halt anhand der Tonnagesteuer berechnet. Also je mehr das Schiff transportiert, da wird das halt gesehen. Dann zum Beispiel auch, ob es als Investor eine Nachschusspflicht gibt. Bei den Risiken zum Beispiel. Es ist natürlich ein Risikoinvestment, muss man halt ganz klar sagen. Also man sollte es nicht einfach sagen, man muttert dort jetzt 1.000 Euro rein und dann läuft das Ganze. Man sollte dieses Projekt dann halt auch wirklich verfolgen. Man sollte sich für solche Sachen auch begeistern. Es gibt ja viel Crowdfunding-Sachen halt auf Immobilienbereiche zum Beispiel. Exporo hat ja da unheimlich viele Projekte. Und dafür kann ich mich ja zum Beispiel gar nicht begeistern. Also für ein Hotel in Kuba oder in Thailand mich daran zu beteiligen, da hätte ich jetzt zum Beispiel überhaupt kein Interesse dran. Das soll jetzt nicht heißen, dass das schlecht ist. Nur ich muss mich für sowas begeistern können. Und ich war ja zwei Jahre bei der Marine und bin da sowieso dann schon ein bisschen vorbelastet. Und ich finde das ein unheimlich interessantes Projekt, interessante Geschichte. Wenn ich dort was machen sollte, lasse ich euch das auf jeden Fall wissen. Gleich vorweg, auch wenn ich euch das jetzt hier so zeige, betreibt bitte eure eigene Recherche und haut da jetzt nicht einfach blind irgendwas rein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich werde euch die drei Sachen unten in der Videobeschreibung verlinken, ohne Affiliate-Link oder irgendwie was. Also ich habe jetzt nichts davon. Und es gibt noch viel, viel weitere Seiten für solche Sachen halt. Jetzt nicht speziell auf Schiffsinvestments, sondern halt Crowdfunding. Aber da gibt es auch viele schwarze Schafe, was ich schon gesehen habe. Ich würde es vielleicht mal ein Video dazu geben. Aber da muss ich noch ein bisschen Recherche betreiben. Und ja. Das Nächste, was mir halt unheimlich gut gefällt, ist Companisto. Dort geht das Ganze ab 250 Euro. Dort investiert man in Startups. Im Momentlauf haben sie fünf Projekte, fünf Finanzierungsrunden haben sie da. Hier geht es zum Beispiel um Ticketverkauf auf Blockchain-Basis. Ist vielleicht eigentlich ganz gut, gegen den Schwarzmarkt anzukommen. Aber auf der Seite auch bleiben halt wirklich keine Fragen offen. Es werden alle Fragen sehr, sehr offen beantwortet. Aber es kann natürlich halt auch sein, dass so ein Startup halt nicht seinen Weg machen wird. Dann ist euer Geld weg. Muss man ganz einfach sagen. Ihr müsst das halt einfach so sehen. Ich will es jetzt mal salopp sagen. Ich splitte das auf. Tausend Euro hier. Tausend Euro da. Tausend Euro da. Und wenn dann in Anführungszeichen eine Sache ausfällt und dann ist es halt so. Also dann darf ich auch im Nachhinein nicht jammern. Und allerdings auch in dem Bereich will ich mich dann auf mehreren Säulen aufstellen, wo dann halt auch Einkommensströme generiert werden. Das sind jetzt natürlich keine Renditen, wie wenn man jetzt in Kryptowährungen investiert oder sonst was. Das darf man auch nicht vergleichen. Man sollte sich halt auch wirklich dann mit diesen Firmen auseinandersetzen, auch mit diesen Webseiten, wie jetzt Companisto auseinandersetzen. Das muss man halt ganz einfach sehen. Und dann habe ich noch was ganz Interessantes. Das ist vielleicht für den einen oder anderen aus Österreich, hier aus der Community, ganz interessant. Und zwar gibt es in Österreich das Unternehmen Elu Bonn. Unternehmen, die betreiben eine Carsharing-Flotte. Ich hatte das schon mal in meinem Livestream bei Twitch mal kurz gezeigt. Und die machen immer wieder einen Token-Sale-Verkauf. So, und das ist dann halt so, wenn jetzt jemand aus der Community, ich sage jetzt mal, der rede nicht, jetzt in Österreich wäre und würde sich von Elu Bonn so ein Auto nehmen aus dem Carsharing-Bereich und ich hätte jetzt Token von dem Unternehmen und dann bekäme ich für jedes Fahrzeug, für jedes Mal, wenn der eine Fahrt macht, bekäme ich dann halt Geld. Und im Moment ist der Sale beendet. Es gibt immer wieder Finanzierungsrunden, neuer, und wo die dann weitere Coins verkaufen. Ist auch sehr gut beschrieben, wie das Ganze aufgebaut ist. Und die Zeitlinie, die Timeline, oder ich sage jetzt mal so den Weg, wo sie noch gehen wollen, haben sie auch bis jetzt sehr, sehr gut beschritten. Worauf ich warte, es ist im Moment halt einfach nur in Österreich. Das muss man halt einfach sagen. Und im vierten Quartal 2021 wollen sie in weitere europäische Städte expandieren. Also der Fuhrpark soll jetzt im dritten Quartal aufgestockt werden. Und im vierten Quartal wollen sie dann weiter expandieren. Wenn man jetzt zu dem Zeitpunkt schon Token hat, also ich kenne zwei aus dem Bekanntenkreis, die sind dort investiert, die verdienen auch schon damit. Und ja, aber bin ich auch noch nicht investiert, habe ich auf dem Schirm. Also seht einfach diese drei Seiten hier, einfach so habe ich auf dem Schirm. Und wenn ich was machen sollte, und dann gehen wir ins Detail, dann gibt es dann halt zum jeweiligen Anbieter dann halt auch ein detailliertes Video. Das ist halt, ja. Ich will einfach halt gucken, Blog generiert Einnahmen, YouTube generiert Einnahmen, Depoteröffnung generieren Einnahmen. YouTube und Blog läuft relativ kontinuierlich. Mal ist es ein bisschen mehr, mal ist es ein bisschen weniger. Depoteröffnung habe ich nicht in der Hand. Und ich will natürlich auch nicht jetzt regelmäßig da Smartbroker-Video und dieses Video. Bei Smartbroker gibt es noch nichts Neues, falls die Frage kommen sollte. Es gibt nichts Neues. Vielleicht mache ich mal nochmal so ein Fazit-Video. Bis jetzt, ich bin jetzt anderthalb Jahre dort, bin zufrieden, absolut zufrieden, funktioniert alles tadellos. Aber es gibt natürlich noch so ein paar offene Baustellen, die eigentlich hätten, jetzt sollten schon geschlossen sein, aber es halt einfach noch nicht sind. Diese Baustellen beschäftigen mich aber jetzt weniger als Anleger, weil der Broker genau das macht, wie mein Anlageverhalten auch ganz einfach ist. Aber tut ja vielleicht nicht verkehrt, mal nochmal so ein Video zu machen. Smartbroker wird das Video dann auch sehen. Und dann, ja. Wie gesagt, es gibt noch viel weitere Seiten, aber das sind jetzt halt so drei Geschichten, mit denen ich mich im Moment auseinandersetze. Zu Global Rockstar, wie gesagt, wird es Ende des Jahres, wird ein Video kommen. Ich bin jetzt mit fünf Songs investiert, jeweils mit zwei Prozent. Und da wird man dann halt sehen, wie das Ganze halt läuft. Ich will mir einfach mehrere Einkommensströme schaffen, ohne mir jetzt den Druck zu machen. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich will euch einfach nicht das Geld aus der Trasche ziehen. Ich will euch einfach nicht irgendeinen Mist vorstellen, der Klicks generiert, wo ich mich dann an euch bereichern will, versteht ihr? Und ich freue mich über jede Unterstützung. Jede Unterstützung hilft mir natürlich. Ob es jetzt die Kanalmitgliedschaft ist, ob es die Abos, ob es die Subs bei Twitch sind. Gut, könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Der eine oder andere hat sich ja mittlerweile auf meinem Twitch-Kanal auch schon verirrt. Dort läuft es auch sehr unkompliziert ab. Wird der eine oder andere auch vielleicht mal in den Kommentaren bestätigen können. Und ja, ich habe gedacht, ich erzähle euch mal kurz, auch gleichzeitig wie so ein Lebenszeichen. Es ist alles in Ordnung. Alles gut. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Freut mich immer, wenn dann Nachrichten kommen, hey, ist alles in Ordnung. Alles, passt das alles? Ja, passt alles. Aber halt auf privater Ebene hat sich halt Ende Juni ein bisschen was geändert. Und ich muss da halt, oder nicht muss, also muss gar nichts. Also Druck habe ich auch nicht. Also ich muss jetzt nicht unbedingt online Geld verdienen. Also das ist jetzt nicht der Fall. Aber ja, je mehr Einkommensströme man hat, umso besser ist es generell. Muss man halt ganz einfach sagen. Ja, falls ihr Fragen habt, wie gesagt, ich kann euch jetzt nähere Details, wird es halt nur dann geben, wenn ich auch dort investiere. Wenn ich dort was machen werde, werde ich vielleicht auch mal das ein oder andere Unternehmen auch anschreiben, ob man da vielleicht eine Zusammenarbeit, irgendwas machen kann. Würde man dann halt sehen. Aber wenn ich euch das zeige, könnt ihr auch sicher sein, dass ich dann dort auch investiert bin. Und vor allem, den könnt ihr dann ja halt auch hier auf dem Kanal weiter verfolgen, wie das Ganze dann letzten Endes laufen wird. Einfach leichtfertig 1000 Euro. Ich meine, keiner von uns hat mal leichtfertig 1000 Euro in der Schublade liegen. Da sollte man das dann halt wirklich genau gucken. Und hier, wie halt steht, nahezu steuerfreie Rendite. Auch immer das kleingedruckte Lesen, ganz, 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 ganz wichtig. Also ich muss da jetzt nicht heute 1000 Euro reinbuttern. Ich werde mich da weiter mit beschäftigen. Und wenn es dann spruchreif ist, erfährt ihr das definitiv als erstes. Ich wünsche euch bis zum nächsten Video auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bleibt mir treu. Vielen, vielen Dank für den Support. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.